Hallo zusammen und willkommen zurück. Es geht weiter mit unserer Reihe Jana und ich stellen euch heute vor die Doppeldeckung öffnen. Wie das ganze aussieht zeigen wir euch jetzt. Mein Gegenüber in der Doppeldeckung, wenn ich hier boxe, passt alles, ich komme hier aber schwer ran. Jetzt die Variante, ich schlage einen zu tiefen Haken auf den Unterarm, dass sozusagen die Deckung aufgeht, dass ich hier rein arbeiten kann. Einfach mal ganz kurz frontal, mache mein Gegenüber ganz zu, ganz klassisch komme ich hier nicht rein, aber oft sind die Arme ein bisschen weiter auf, also ein bisschen schräg, dass man sieht. Hier kommt er natürlich wunderbar einfach auf den Unterarm rein, macht die Deckung auf, um hier rein zu kommen. Funktioniert links oder rechts, nur auch wieder hier. Selbes Spiel, es funktioniert einmal. Rechnet der Gegner damit, dass sozusagen der Arm nach außen gehen könnte, wird es nicht mehr funktionieren. So, wir zeigen euch das ganze mal. Jana fängt an, Innenseite kontern, die andere Seite. Hier auch die Variante, egal wie weit ihr weg seid, ihr könnt entweder eine lange gerade machen oder ein bisschen einsteigen, einen kurzen Haken, was der Gegner zulässt. So, das ganze habe ich mal. Innenseite und die andere Seite. Sehr schön. Aus der anderen Perspektive auch noch. Jana fängt an. Ich darf auch noch mal. Sehr schön. Wie immer versuchen wir uns etwas einfallen zu lassen. Das geht weiter im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.